Affenschnitzeln am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Was ist denn da? Ich soll gucken, aber ich sehe auch nicht. Ja, das ist ja ein Leben jetzt hier als Cutter für meine Familie, sozusagen. Gestern hatte ich für Anouken Video geschnitten. Heute mache ich für meine Frau, Inns Ferdi. Der Mann aus der Abstellkammer schneidet Videos. Ich bin in der Abstellkammer, muss hier arbeiten. Toll. Ganz toll. Ganz, ganz toll. So, warte mal denn jetzt. So, ich sortiere nach Datum alles. Hab ich schon. Ja, richtig alles Müll. Jetzt werden wir auch alles hochladen. Das ist alles Müll. Das ist alles Müll. Produzieren. Gott sei Dank ist das recht simpel und man muss nur den Ton wegschmeißen. Und den dann durch Musik ersetzen. Kann man das nicht gleich machen. Ach so, Katsch, produzieren ist ja auch blitzig. Wir produzieren das ja auch nicht jetzt. Ich suche erst Musik, die wir downloaden, dann will ich so deren Ballern. So, ich baue die Kopfhörer. Kleinste Studio der Welt. Hier kann man ja nicht arbeiten. Also wirklich, normalerweise kann man hier nicht arbeiten und so. Denkt, das ist echt eine Katastrophe. So, ich suche Musik, ich suche Musik, ich suche Musik, ich suche Musik bei YouTube. Dann gibt es einen schönen Problem. Also ich habe jetzt hier das Video. Ich zeige euch mal kurz. Ich habe jetzt hier das Video. Mal, ich es mal. Fängt an mit einem Blatt Papier. Natürlich. Und dann geht das weiter. Das werden wir auf Zeitraffer machen. Die genaue Länge der Zeitraffer. Am Ende sieht das so aus. Wunderschön. Die kann halt malen. Die VTV nicht. So, jetzt habe ich hier den Ton weggeschmissen. Wir lassen die Tonspur und werden eine neue Tonspur hier einfügen müssen. Hier unten. Noch ist das Video eine Stunde und 22 Minuten lang. Das wird dann natürlich gekürzt. Bei einer Stunde und 22 Minuten. Das gucken sich echt nur Leute an. Würden sich nur Leute angucken, die dann mal gucken, wie hat sie denn das jetzt die Stelle gemalt oder so. Ist eigentlich immer schade, wenn man die Originale wegwirft. Aber so ist das. Gut, ich gehe jetzt auf Fallfälle auf 4. Hier mache ich mal nicht klein, sondern gehe jetzt mal auf hier im Netz. Dann gehe ich auf YouTube. Bin ich ja schon auf... Nein, bei YouTube auf Creator Studio. Hier unten. Dann gehe ich auf Video Tools. Audio Bibliothek. Dann geht man auf Genre. Und ich würde ja klassisch immer bevorzugen. Klassisch. In Dauer zwischen 3 und 3,30. Und dann höre ich mich an. Wie ihr seht. Jetzt hier vorne auf den Knopf drücken. Und dann geht es los. Start, Stop. Americano Aspiral. Ist er vielleicht ein bisschen gewaltig. Wir produzieren doch mal in der gesamten Länge. Da fällt es einem leichter nicht auf eine Länge zuzustützen. Schöne Marschmusik. Okay, lange schütteln wir uns raus. Damit geht es wahrscheinlich schon mal drücken. Oh.. Oh... jetzt bitte keine fehler machen sieht ein bisschen harte klavier einsatz ach so schön mal ist was helste von georg friederich händel spül das ist die richtige antwort wundervoll georg friedrich händel halleluja wunderbar ist ja eine geburt oder nicht? ja ist eine geburt die ist da die hat man dann auf dem pc jetzt steht dann immer hier mit bei zum beispiel bei diesem song immer wenn man den anklickt kommt so ein kleines fenster auf zack und da steht du kannst diesen song in jedem deiner videos verwenden ja hier auch weil ich auch angeklickt habe hier oben keine quellenangabe erforderlich du kannst doch quellenangabe erforderlich machen dann hast du natürlich wesentlich mehr auswahl aber du musst halt viel reinschreiben sowas hier musst du alles mit rein kopieren und das ist dann ach ich weiß nicht keine quellenangabe erforderlich alles schön dann nehmen wir den georg friederich händel das ist ja auch eine fantastische musik eigentlich ist der plastik den jungen leuten näher zu bringen das macht doch spaß ja da kommt schon ein junger leute na junger leute ja was hast du denn da fein ach manch ein becher buntes studio ghibli fällt mir dazu noch ein bei den dingern oder bei den dingern und die mütze das ist doch einer china studio ghibli ja japan natürlich mann china japan alles dasselbe so sind auch in europa ja alles ehens das ist aber auch gleiche kann man sagen auch ganz asien über einen kampf scheren jetzt ist es hingefallen na wir sitzen da im grise wackelschwänzchen schnuppernase ich importiere jetzt die händel die musikdatei vom desktop so power director musikbearbeitung ich habe die datei jetzt hier oben ich habe die datei jetzt geladen hier ist die musikdatei die ziehe ich jetzt gleich nach unten ich gucke erstmal wie lange die ist 3 48 01 also 3 48 jetzt klicke ich auf dieses auf meine video datei bearbeitete auf werkzeuge auf power tools auf video geschwindigkeit geschwindigkeits anpassung und gebe hier ein 0 3 48 01 und auf ok die 1 habe ich natürlich vergessen gibt es ja gar nicht 0 0 3 48 01 natürlich ok danke zack da haben wir sie auf unserem auf der exakten länge wie ich sie brauche jetzt sehe ich zurück ziehe diesen titel hier runter wir gehen rein perfekt und schwupps haben wir das haben wir das so wie wir das brauchen jetzt nur noch auf produzieren hier oben gehen dann wird man die die bildqualität die man gerne hätte wir wollen hier full hd full hd reicht aus starten fertig dann wird es hochgeladen und es war so ich werde jetzt wahrscheinlich den ganzen nachmittag damit verbringen hier die dateien zu sortieren in ordnung aber ich habe das jetzt sehr vernachlässigt das muss ja mal gemacht werden ich habe irgendwie 5 terabyte ungefähr an daten die 5 terabyte an daten die ich sortieren muss muss ich natürlich nicht sortieren aber um schneller was zu finden du musst du es doch denn mal sortieren ja das ich meine kann ich wenn dann nur jetzt machen nicht wenn ich irgendwie den laden wieder geöffnet habe oder so deswegen mache ich das lieber jetzt ich möchte mich nachher nochmal wenn ich damit fertig weg damit die wären vielleicht aber wenn ich damit weiter gekommen bin ja also bis dann nachdem ich jetzt erfolgreich tätig war für alle meine familienmitglieder für alle meine familienmitglieder darf ich jetzt endlich etwas wieder für uns alle tun aber ich darf jetzt ein bisschen ich darf ein bisschen arbeiten oh fantastisch ich freue mich sehr ich mache jetzt ein paar fotos es ist alles medial alles funktioniert noch medial es ist total schlimm eigentlich wenn man so drüber nachdenkt man kann gar nichts mehr ohne netz was würde ich tun ohne das internet ja was würde ich tun okay ich würde Fahrräder reparieren ja okay das funktioniert ohne internet das stimmt eigentlich bei mir geht es vielleicht noch aber vielleicht geht es bei vielen bei euch gar nicht mehr ohne netz was würden die machen muss man sich mal so überlegen wenn ich das komplett weg also ich hätte wesentlich mehr Freizeit muss ich dazu sagen mich fordert das Netz ungemein raubt mir quasi die freie Zeit ein bisschen auch aber ich mache es ja gerne ich mache es ja für euch ich mache es ein bisschen für mich zeig euch was ich so mache heute stelle ich was ein bei ebay was ich schon Jahre habe und ich habe es seit Jahren nie hingehangen und zwar sind das Propaganda Plakate so nannte man ja so ziemlich alle was aus der Zeit zwischen 33 und 45 ist es ist auch aus der Zeit zwischen 33 und 45 ist aber von der amtlichen Brasil Propaganda rausgegeben worden und zwar handelt es sich um eine Karte von dieser ich zeig es euch gleich also es ist eine wirklich sehr schöne Propaganda ist ja auch nichts anderes als Werbung das Wort wenn man es übersetzt etwas propagieren etwas kundzutun etwas zu bewerben Propaganda muss nicht zwangsläufig immer negativ sein also ich zeig es euch mal kurz diese Sachen sind natürlich auch immer extrem selten dann schaut mal wie schön sieht das denn aus Economic Card Brasil ja nicht als Reiseland sondern als Exportland also das ist eine Karte in der beworben wird wie gut es doch ist in Brasilien vielleicht zu investieren sein Unternehmen ansässig zu machen was auch immer welche Werbebotschaft man daraus entnehmen soll da steht es amtliche Brasil Propaganda von 1936 ist die Karte steht auch ganz fett drunter und da steht so was die ganzen Exportschlager sind die Produktionszahlen und wie sie angestiegen sind Baumwolle, Kaffee etc so eine Karten gab es ja auch von Deutschland für den Schulunterricht da fliegt hier Zeppelin gerade ein also eine total tolle Karte so was ist so gut wie nie erhalten geblieben weil in der Größe es geht kaputt und macht und tut und ich habe es hier und ich habe gleich zwei Stück und zwei verschiedene die werde ich natürlich jetzt erstmal als eine einstellen erstmal auspacken und gucken wie die aussieht tatsächlich wie ich das abgebildet, abgelichtet kriege das ist ja auch noch so eine Frage das ist ja nicht ganz einfach in der Größe mit Glas kann man es nicht fotografieren das spiegelt wie Sau das ist furchtbar und ohne Glas hält es nicht aber wir schauen mal wir kriegen das hin toll ist es auf alle Fälle so ich öffne das Mikrofon ist voll für den Arsch das macht einen Ton das ist schlimm nebenrauschen und oh ne also Finger weg von billigen Mikrofonen also wirklich hat mir Dennis sein Papa bestellt hat es gut gemeint natürlich also ist keine Frage aber nicht alles was produziert wird ist auch wirklich gut auch wenn es Gold ist aber Schrott und ich bin so ein Klangfetischist mich kotzen meine Videos richtig an weil die so schlecht sind vom Ton weil ich krieg diesen verfügten Adapter nicht für die GoPro ich krieg diesen Adapter nicht es gibt den nicht er ist ausverkauft deutschlandweit nicht mal der riese Mediamarkt hat das Ding noch im Angebot keiner das sind die ganzen Klammern lösen das sind ja etlichste Klammern aber das ist auch vernünftig dass man nicht nur 3-4 Klammern hat bei so einem riesen Bild sondern eben ein paar mehr damit das Bild in drinnen dann auch nicht verrutscht wenn man es da rein gemacht hat nichts geht über rutschende verrutschte Bilder die an der Wand hängen so in so einem Rahmen drin sind halt ein paar so dann gucken wir in die Mappen hinten und hinterliegt 1934 Mappa Economico wird immer besser Mappa Economico von 1934 2034 tada wie genial wir fliegen über Brasilien von Sao Paolo nach Rio Grande do Norte von Paraíba nach Espirito Santo war ein Bayan nach Goyache tada hinauf zum Amazonas und wunderbar eine Originalkarte aus der Zeit oh man ich weiß nicht was ich da nehmen soll ehrlich gesagt das wird wieder so ein Fantasiepreis auf meinem YouTube YouTube sag ich schon auf meinem Ebay Account sein da werden alle Leute wieder oh man ey was macht der denn da warum so teuer naja andererseits habt ihr so eine Karte schon mal irgendwo gesehen also deswegen das Papier es ist sehr brüchiges Papier sehr holzig also wenn man jetzt das knicken würde noch 2-3 Mal dann bricht das tatsächlich durch ja aber das ist alles naja also ehrlich gesagt haben sie das nicht für 100 Jahre gemacht muss man auch mal so sagen toll auf alle Fälle toll ich fotografiere und stelle es ein da bin ich wieder mir zeigt zwei Karten bei jetzt weiß ich nicht welche die richtig ist Speicherkatter voll toll oh hier kann ich noch 5.000 oder sind 5.000 Bilder drauf drauf 5.000 Bilder Mann was macht man denn heutzutage so farten Fotos 1 von oben 1 mit Zentrale 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 cm x 65 x 95 und gut jetzt jetzt haben wir ab und stelle es ein und wieder am Computer so sieht meine Winterbeschäftigung aus ökonomico jahrt brasil 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 das ist alle gut jeden tag schlimm eigentlich ist wirklich schlimmer zúúúúú Ich möchte die jetzt hier essen. Kartoffeln, Kartoffeln. So ein Berg. Voller Kartoffelnberg. Voller Kartoffeln rein. Oma? Oma kommt. Aber ich helfe dir trotzdem noch weiter. Hallo Oma, ist das? Ein Berg, Kartoffeln. Okay. Das ist ja ein kleiner Eindruck. Meine Güte. und das wart fertig für den 45 ich habe noch mal gefragt das klingt vielleicht komisch aber knarzt der irgendwie weil es mir unheimlich wichtig dass ich nicht da sitze weil ich wollte ja nebenbei auch Aufnahmen machen Anni hat ja ganz schön mit Heimweh schon zu tun bevor sie überhaupt losgefahren ist fünf Tage sind ganz schön lang lecker aber jetzt mal alle zusammenschneiden von heute und Feierabend machen für heute und vielleicht gucken wir noch einen Film oder ja irgendwas aber bitte keine Hartz-IV-Reportage mehr weil ich kann nicht mehr ertragen meine Frau ist nämlich süchtig nach Hartz-IV-Reportage vielleicht will sie sich informieren wie ihre berufliche Zukunft aussieht also bis morgen morgen ist Montag wir sehen uns bis dahin ciao alles Gute schlaft schön abonniert den Kanal sagt zu euren Freunden weiter und ja Frieden für die Welt oder so ach keine Ahnung bis dann ciao